Ist da draußen irgendjemand? Es ist passiert. Ort des Einschlags, der Nordatlantik. Während ich zu euch spreche, rollt eine Katastrophe auf unser geliebtes Land zu. Uns bleiben nur noch zwölf Stunden. Ihr seid so gut wie tot. Es wird verdammt wehtun. Und das will ich nicht spüren. Ich will gar nichts fühlen. Ich hoffe, ihr da draußen passt gut aufeinander und auf euch selbst auf. Das sind die Dinge, die wir uns bewahren müssen. Hilf mir! Es ist alles in Ordnung. Schnell raus hier. Ich bin Rose. James. Wohin fährst du? Zu einer Party. In einer großen Party. Vielleicht gibt es da jemanden, der mich zu meinem Dad bringen kann. Was willst du hier mit einem Kind, James? Ich bin gekommen, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte. Ich bringe dieses Mädchen dahin, wo sie hingehört. Und was ist mit dir? Wohin gehörst du? Dad hat gesagt, dass Gott einen perfekten Plan für jeden hat. Denkst du manchmal, du kommst in die Hölle statt in den Himmel? Wen willst du damit beeindrucken, dass du diesem Mädchen hilfst? Ich will ihr nur helfen, Mom. Du musst jetzt gehen. Wieso bist du nicht bei ihr? Ich hab ne Menge versaut, Rose. Noch ist Zeit. Ich hoffe, dass ihr da draußen nicht allein seid. Dass ihr bei euren Familien seid. Halt durch. Halt durch, Rose. Es kommt. Halt durch, Rose. 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 Halt durch, Rose.